ich gehe einfach mal da nicht dass wir jetzt irgendwas verpasst haben so kann man den ein verarschen also geht aber hier bei der golden ist mein gott geist gegenstände sind doch mehr dinge sascha ach die stapeln sie einfach ja das ding sie so aus ob das sozusagen wieder dieses spiegel ding ist spiegel welt ja auch noch eins offen zwei offen hinter uns ja deswegen das müssen wir noch mal bei mir ist jetzt alles abgeschlossen hier hinter mir aber ganz unten wollen wir noch nicht und ganz unten unten und hier oben da sogar ein checkpoint gewesen ich gucke mal wo wir hinkommen wenn wir jetzt wieder zurückgehen an unseren dings weil der hatte mir da eh wieder ein ausrufezeichen gegeben wenn man das würde einfach durchlaufen müssen da kannst du so viele stunden verbringen und du kommst gefühlt nicht weiter also jetzt mal ohne schatz du kommst gefühlt nicht weiter oder kommгу mhm also und man kommt weiter das problem ist aber es fühlt sich nicht so es fühlt sich nicht so an Ja Da man waffentechnisch auch nicht wirklich weiterkommt Du brauchst Ewigkeit Guck mal, wir haben jetzt so viel gelootet Und dann kommst du da an Und wir haben wirklich alles mitgenommen Eigentlich, was geht Also vielleicht ein paar Dinger, die wir nicht gefunden haben So Rätsel oder so ein Shit, okay Aber du nimmst so viel mit Und dann kommst du da hin und der sagt dir so Nee Bruder, du brauchst noch das und das und das und das Digga, komm Dreh ich mal um Nimm ne Karte Alter, was ist das denn? Was? Äh, äh, was? Was denn? Nein, äh, warte, stopp Ich glaub mit ner Mitte Hier, wir schlafen jetzt Äh Nee Diesen Also die, die müssen wir glaub ich achten, weil die hat sie vorgezeigt Ganz rechts Welcher, ja welche? Ganz rechts Merkt ihr das Ja Die hier? Hier war man ja noch gar nicht. Ach du Scheiße. Das passiert, wenn du vorrennst. Du hast doch gesehen, dass ich geschossen hab. Ja, servus. Ja, aber bestimmt die andere Maske, weil hier ist dunkel. Ich hatte aber ein bisschen was aus, du. Hey, wohin denn? Da drüben komm ich auch nicht hin. Da fahrt ich auch nicht hin. Da fahrt ich auch nicht hin. Da fahrt ich auch nicht hin, wo ich nicht erreiche. Ich weiß nicht, was er jetzt... Das Ding ist, wir haben jetzt grad mal die andere Seite jetzt. Also werden die andere jetzt so ein bisschen abgeschlossen. Jetzt haben wir die dunkle, wo wir die andere Maske bestimmt auch finden. Hier ist nochmal so ein unsichtbarer Heinrich. Ja, der... Er ist weggekontiert. Immun, was? Was für Immun? Na ja, geboxt mal halt dich mal, du kleiner Bastard. Komm doch, komm doch, auch nicht. Ich bin verflut. Ich bin verflut. Ich bin aufgemacht. So nach dem Motto. Jo. Bruder. Hier und da und dort und... Du hast ja noch nicht genug. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Wo geht's hier hinten jetzt? Was geht's hier? Erstmal Gegner. Ich brenne und will vor Flut, ist ja geil. Ja, wow! Der hat doch sonst nicht so viel Schalen gemacht, ist doch kacke. Das läuft grad nicht so aufs Gefühl. Ach, zu scheiße. Das war aber jetzt ein paar. Nee, kann nicht sein. Also ich war guckt. Also Attachments erwaffen wir auch nicht schlecht so schnell ist, ne? Großes Magazin. Ja. Riesenstempel hier. Kannst du wesentlich runterfalten. Alter, wirklich krass ohne Scheiß. Das ist... Alter, da... Junge, ich hab's grad noch gesagt, dass das riesig ist. Und jetzt kommt da so hin und mach dir noch 10 andere Dinger auf, Alter. Das geht nie ab. Die war um in der Mitte. Die... Mach du das. Das ist schwul. Ha? Hier, die. Die hier. Ich hab gesagt, die... Das sieht interessant aus. Echt, das sieht... Okay. Ich hör auf dich. Zack, gleich tot. Ich weiß jetzt nicht, wie es falsch aussehen soll. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Ja, sag ich doch. Oh mein Gott. Bin so gut, Junge. Ja. Damit hab ich immer mein Opa früher gekriegt. Aha! Was mit Masken? Ne, mit solchen Karten-Ding... Dings... Hm. Rotzä. Äh, die... Rotzä. Doof. Easy. Bist halt der Beste, Sascha. Aber Fakt. Ich wollte ein Kind von dir. Äh... Train darf nicht im Weg stehen. Ja. Ne, sorry. Wird nicht im Weg stehen. Train ist kein Problem für uns. Aber wir... Das ist, wenn du vorrennst. Ich stand extra richtig am Rahmen hier am Rand, weißt du? Alter, wer baut denn solche schrägen Treppen, Alter? Ich glaub, wo du besoffen musst, die Treppen hier hoch, Alter. Stephen Hawking like food. Du fliegst, Jungs. Ah, ja. Stephen Hawking geproofed, oder was? Aber wo geht's denn hier jetzt eigentlich lang? Was ist das hier? Hier oben geht's noch mal hin, äh, weiter. Wollen wir nicht erst hier oben weiter abchecken? Das ist noch mal hoch. Ich geh jetzt hier weiter. Nee, nee. Wir gehen... Wir gehen wieder zu dir. Alles gut. Aber ich wollte nur gucken, was hier geht. Gut. Was machen, Sagen? Ey, wie geht? Gesüss. Ich geh mal. Hm. Alle gegangen. Alle wollten sie nicht mehr da sein. Bist du da durchgerannt? Nö. Alles tot hier. Ich bin öhm. Ah nee, hallo, hier oben ist einer. Ey, nicht von hinten. Das ist ein Großer. Reicht für mich. Reicht für mich. Reicht für mich. Reicht für mich. Ach. Auch immer unmittelbar überall, wo du es gar nicht siehst. Ja, ja. Frech. Was ist jetzt? Hier drüben ist ja auch noch was. Und... Hier geht's wieder runter, man. Was ist hier das? Und bei mir geht's rüber. Warte, dann kommen wir erstmal. Weil unten ist wieder riesig, alter. Nö. Eieiei. Gute Nacht. Wo geht's rüber? Bei dir? Ja, bei mir. Aber ich glaub, das ist jetzt nur der Abteil auf meiner Seite. Lass es einfach nur mal gucken. Das ist jetzt nicht wirklich groß. Da war jetzt noch ne Kiste hinten. Was das wohl gut ist. Ah, der wird schon gelootet. Ja, gut. Also hier geht's nicht mehr weiter. Das ist eigentlich genau aufgebaut, wie das davor. Nur das es halt dunkel ist. Ja, nur halt dunkel. Ja. Warum aktivierst du das nicht? Ich schieß das an und passiert ja auch nicht. Sonst kommt doch immer euch ein Vieh raus. Ich weiß nicht, wie viele Dinge haben wir schon vorbeigelaufen sind, also. Allen. Allen. Digga, wenn du das weißt, flippst du bestimmt aus. Ja, nach dem zweiten Play-Fluß. Digga, wie kannst du das nicht übersehen? Bei dir? Ja. Ja. Ne, ich bin nicht da. Ne, ich bin nicht da. Ich hab gerade geleckt. Ja, du lagst auch so'n bisschen. Wo ist der E-Bolle los, wa? Ja. Ach, der Herrmann, Leute. Wie cool ist das? Nicht mal um 8. Passt doch. Nicht mal um 8. Ah, stimmt. Haben wir noch andere zu planten? Hm. Nehmen wir's mal mit, wenn's sich's schon anbietet. Ja. Ja. Unten so'n Goblin wieder drin. Ja. Denkt, der is it. Ich denke, danach müssen wir aufhören. Was? Ich will erst mal kurz'n Polster machen. Weil mein Speicher sagt zumindest schon, wir können nicht mehr Wehr-Videos aufnehmen. Kasse. Du bist'n Ficko, alter. Kleiner Pimmelberger auf der da an der Ecke. Wie die wollts wissen, du. Was? Äh. Ich finde... Ach. Ach so. Sorry. Ach so. Ich dachte, das war immer so geworgen, schießt mich wieder ab. Nein! Ich dachte nicht, dass... Du hast mich von hinten angeschossen. Ich dachte, dass mein Gegner ist egal. Du hast dich mal am Fadenkreuz. Ich finde das so geil. Ach so. Ne, sorry. Ey, irritiert! 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 Lass mich Ruhe! Das herrschte, ich erbügt dich, komm! Ah, jange, 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 ey! Ist die deinen immer so erschrecken müssen? Kommst du in der Ecke, steht der so'n Riesenbastard? So, hi! So, dann weiß ich jetzt schon, da wo's hochgeht, kannst du auch 100 pro in den Zwischenraum, Zwischenebene. Ach, hier geht's ja nicht nur auf. Ja, sehe ich gerade auf dem Map. Ach, hier geht's ja nicht nur auf. Ach, okay, gut. Da müsste doch eigentlich der Skeletthaufen sein, oder nicht? Ja. Das ist halt ein Schadensblut. Kling, kling. Erhält einen Schadensbonus von 30%, alle fünf Sekunden wechselt der Bonus zwischen physischen Schaden und Elementarschaden. Ja, gut, wenn du beide spielst, ist das natürlich perfekt, ne? Wir können hier hoch, ne? Wir können hier hoch, wieder. Oder dazwischen, das hat die Zwischenebene, wa? Jaja. Was sagt das Ding eigentlich? Die Map sagt Zwischenebene, wahrscheinlich, ja. Ah, hier ist nix weiter. Also, der Want.